Musik Nach fast 30 Jahren als Mechaniker in einem Betrieb im Bezirk Scherding wollte der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter während des Krankenstandes loswerden. Mithilfe der Arbeiterkammer erstritt der Mann eine hohe Nachzahlung. Das Höhenharter Faustballortsturnier, das heuer ganz im Zeichen einer Charity-Aktion für Robert Hattaya stand, war ein großer Erfolg. Durch Spenden von Sponsoren, Vereinsmitgliedern und der teilnehmenden Teams konnten mehr als 4.500 Euro für einen neuen Rollstuhl gesammelt werden. 26 Teams aus 10 Mittelschulen haben beim Online-Wettbewerb der Lego League District Braunau ihr Können unter Beweis gestellt. Gefragt waren Spezialisten beim Roboterbau und Programmieren. Vorbereitet wurden die Schüler durch Coaches der HTL Braunau.